Wir versuchen zur Zeit einfach so nicht wie damals zurück oder auf ein ganz modernes, sondern einfach einige krank zu haben. Jedes Orchester jetzt auf der Welt sind einfach alle ähnlich geworden. Hauptsache so gut zusammen spielen können und das war wie möglich. Aber in der Musik ist noch viel mehr Sache drin. Und das Orchester Wuppertal kann für Zuhörer einfach unverwechselbaren Klang anbieten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020